Ich lerne Deutsch. Nummer 7039 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zu welcher Jahreszeit blühen eigentlich Mohnblumen? Zu welcher Jahreszeit blühen eigentlich Mohnblumen? Ein Immobilienmakler ist seinen Kunden bei der Erzielung des bestmöglichen Preises behilflich. Ein Immobilienmakler ist seinen Kunden bei der Erzielung des bestmöglichen Preises behilflich. Die Familie sitzt abends gemütlich zusammen. Mama liest Märchen vor, und wir reden darüber. Amelie dreht mir den Rücken zu und läuft den Berg hinunter ins Tal. Die Menschen finden einen Regenbogen schön und magisch. Hinter dieser Wand verbirgt sich unsere Neuentwicklung. Gleich werde ich das Geheimnis lüften. Hinter dieser Wand verbirgt sich unsere Neuentwicklung. Gleich werde ich das Geheimnis lüften. Diese Familie backt gerne. Die Ergebnisse sind nicht immer wie erwartet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns das Geheimnis lüften. 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 Und gib uns das Geheimnis lüften.